Oh, da ist was Goldnes dran Oh, alter Drachsenschmiedestein Hä, wieso neu? Ich hatte doch eins, um meine Waffe schon mal abzugraden Oh, nein Dabei wollte ich mich nur ausruhen, damit ich verschwinden Wenn ich richtig gesehen habe, war der Ohmsohnen Boah, so geht's auch Oh, so eine Riesenhand, seht ihr die? Oha Okay, abbauen kann man von ihr nicht Das ist die Die Giga-Hand Okay, dann gucke ich mir erstmal an, was es hier so gibt Die Giga-Hand 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 Was ist das? 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 Okay, da war ich ehrlich, die Hand hat mich jetzt wirklich erschreckt. Was ist das? 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 Das ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay, das ist das? Das ist das? Was ist das? Was ist das? Okay, okay, in welche Richtung, okay? Was ist das? 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 Boah hat er schon wieder viel Leben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Function! Das war der erste Versuch. Und wahrscheinlich sehr, sehr vielen. Das war der erste Versuch. 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 Das war deritched Versuch. Das war der erste Versuch. Das war er. Das war der erste Versuch. Ich bin schon. Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt zweite Runde Jetzt sind wir an den Rampen Feuerball habe ich jetzt nicht gekauft Feuerball oberen Feuerball Wegen den Flammen komme ich da jetzt niemals hin. Wundern, 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 Wundern. Vielen Dank.